Getreidefreies Brot probieren, bitteschön. Brot geht auch ohne Mehl. Wie, das zeigt die Bäckerei Pacher Meier von Franz Teufel. Wir machen getreidefreies Brot. Brot aus Getreide, das mit Gluten nichts zu tun hat. Das Wichtigste ist, dass es schmeckt. Und davon konnten wir uns gleich überzeugen. Man spürt die Körner, man hat aber auch vom Brot einen sehr guten harmonischen Gesamtgeschmack und die Körner sind dann diese gute Verfeinung drauf. Also wirklich sehr, sehr gut. Einfach mal was anderes zu den herkömmlichen Brotsorten. War sehr gut. Bei mir ist es einfach wichtig, dass ich gut vertrage. Weizen, das ist bei mir ein Thema, wo man im Bauch nicht so gut tut. Ich schaue grundsätzlich schon, dass es Dinkel ist. Und gerade wenn es auch glutenfrei ist, dann ist es sowieso sagenfrei. Ich bin begeistert. Vor allem vom Kornbrot. Das war echt lecker. Zu bekommen ist das gute Brot per Post. Wir versenden in Österreich und in Deutschland im atmungsaktiven Schutzkarton in Seidenpapier eingewickelt mit einem frischen Siegel. Es sind keine Konservierungsstoffe drinnen. Wir geben sieben Tage frische Garantie, wenn man es im Leinenbeutel zu Hause aufbewahrt. Na dann, guten Appetit mit Pacher Meier.